Hallo zusammen, nächster Tag in Calberry und heute sind wir auf dem Weg zum Fischen und zwar mit dem Markus und der Fran und dem George. Hey, hallo. Und da hinten fahren auch noch welche mit und es regnet wie Sau und dann hoffe ich, dass wir heute fischen können. Und dann heute Abend der Barbecue. Bis später. Jetzt sind wir offroad in Australien. Und weil der andere halt nicht so gut war. Und ja, schaut euch das mal an. Ich genieße das jetzt erst mal vom Auto, weil es regnet immer noch. Ich habe gar keine Regenjacke dabei. Also ich habe auch generell keine im Besitz in Australien. Und deswegen lasse ich jetzt die anderen Graßen mal rumstapfen, warte bis das ein bisschen aufhört zu regnen und hole dann meinen Campingstuhl raus, würde ich sagen. Das ist doch mal eine Sache. Bis später. Das Wetter ist nicht besser geworden. Wir haben immer noch keinen Fisch und die Angeln stecken fest. Das Wetter ist nicht besser geworden. Fran, wie fandst du denn das Fischen? Das war echt so. Kannst du auch nicht. Film mal. Fran und ich haben die Fishing Line versemmelt. Fran musste sogar abgeschnitten werden. Meine konnte Markus Gott sei Dank noch retten. Und George hält noch tapfer draußen durch und fischt. Den soll jetzt mal aufhören mit anderen Gefühlen haben wir uns. Wir haben schon alle keine Lust mehr, weil das Wetter irgendwie immer noch total scheiße ist. Wir haben nichts zu trinken. Wir haben keine Campingstühle. Ja, außer Wasser. Toll. Und wir haben keinen Fisch. Und deswegen sitzen wir jetzt alle im Auto und warten, bis George fertig ist mit Angeln. Und dann fahren wir hoffentlich nach Hause. Ich glaube auch. Das war voll motivierend. Ich habe heute auch die Angel gekauft. Ich bin ganz stolz auf deine neue Angel. Scheiße. Fran, was machen wir noch stundenlang im Auto? Schlafen. Schlafen. Okay, damit beende ich heute das Video. Wir schlafen. Guten Abend. Gestern.